Moin Moin und willkommen zur zweiten Laudrie beziehungsweise zur zweiten Verlosung zum 200-Aunenden-Special. Ja, jetzt hier willkommen. Wir waren schon fleißig, haben schon ein paar Zettelchen fertig gemacht. Entschuldigt unsere Müdigkeit, ja, war ein langer Tag. Ihr seht, es ist dunkel, euch kann man ja nichts vormachen, ja. Und ja, wir bringen jetzt schnell ein Video und dann können wir es morgen schnell veröffentlichen, denn der Gewinner will ja seine Kohle haben, seine 50 Euro. Ganz genau, hier sind sie. Hier sind die 50 Euro und die kriegt der Gewinner. In Wert eines Amazon-Gutscheides. Ganz genau. So, wir haben insgesamt 16 Teilnehmer, die werden wir jetzt mal im Prinzip mal vorlesen. Und direkt in unsere Lustrommel werfen, gesponsert von Güstruher Schlossquell. Hier unter dem Video auf den Link klicken und diese wunderschöne Lustrommel kaufen. Ja, wir bedanken uns erstmal für die rege Teilnahme bei Skumpy. Daniel Rüb. Andreas Sauerwein. S1 CKG4MZ Hartopti Mito Keko Paul Warnacek Modcek Paramani74 Bilal Agabe Marcel Müller Ratchet Leon Werner575 Neandercraft Der Todesgriff Und Sergej Los Genau, vielen Dank für die Teilnahme, ja. Genau, jetzt wird hier ordentlich gerült. Eine halbe Stunde kann es ungefähr dauern. Ich benutze es ja genau, ja. Eigentlich würden wir halt jetzt nochmal eine Waschmaschine schmeißen, aber naja. Auf jeden Fall könnt ihr sicher sein, das geht hier zu wie bei der Lotterie, wie bei Lotto quasi. Genau, ungeschnitten, ne? Ungeschnitten. So, und jetzt Trommelwirbel. Und es ist Marcel Müller. Marcel Müller, der war glaube ich letztes Mal nicht dabei, jetzt den Glückwunsch, Gratulation. Marcel Müller, 50 Euro dürften jetzt zu diesem Zeitpunkt, ich denke Montag 14 Uhr, wird es jetzt rauskommt das Video und noch bevor das Video rauskommt am Montag, bekommst du deinen Gutschein zugesendet. Und wir erwarten deine Antwort, dass du dann auch erhalten hast. Und wir freuen uns auch darüber, wenn du uns dann schreibst, was du denn mit der ganzen Kohle angefangen hast. Genau, das würde uns sehr interessieren. Dann kommt das nächste Jahr ins Spiel. Äh, 500. 500 Abonnenten? Special. Bei 500 Abonnenten, das ist klar. Und dann gibt es 10 Euro. Ah, mal gucken, was das dann wird, aber ich denke mal, definitiv mehr wie 50. Wie viel es dann genau wird, das muss man es uns nochmal angucken. Aber ja, ihr kriegt dann auch hier einen Fallbescheid. Genau, und es bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank. Für 230 Abonnenten circa, ja, richtig geil. Tauchswachstum sieht super aus auf unserem Kanal. Danke euch. Vielen Dank. Genau, das, was nämlich uns stark macht, das seid ihr. Ja. Und wir bemühen uns natürlich immer, euch das alles so gut wie möglich rüberzubringen. Und deshalb ist uns ja auch euer Feedback ganz wichtig. Sowohl das Positive als auch das Negative. Vielen Dank fürs Zuschauen, sag ich mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert den Kanal, teilt den Kanal. Und lasst Kommentare da, ne? Genau, schreibt mir was. Muss keinen Sinn machen. Es ist wuscht. Schreibt einfach eure Meinung. Super. Alles klar. Rinnige Rollen. Macht's gut. Bis demnächst. 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 Bis demnächst.